Ja, die waren ja so etwas ekelhaft. Jo, sieben Sekunden. Ja. Da könnte noch eine zweite... Da könnte noch eine zweite, wenn eine dritte Great East dann drauf. Wie läuft denn die Geschichte? Achso, Kautschuk läuft ja gerade an und das wichtige Schiff fehlt noch, der den Kautschuk weg hat. Selbst jetzt seid ihr noch überfordert. Komm, hör doch auf. Passt doch. Also hier zack, zwei Great Eastern Currents weg. Das sind ja jetzt nicht so viel. Was wir hier produzieren, sind 96 in der Minute. Und die strecke ich auch nicht so lang rüber. Der fährt ja nur hier einmal um den Hafen oder einmal um den Berg hier rum. Oh, schön. Oh, schön. Schöner Pool. Fährt hier einmal rum und legt da schon an. Ich glaube, da könnten zwei reichen. Wir probieren es mal mit zwei. Noch ein Kautschuk die Minute pro Bude. Ich startiere mal mit zwei. Great Eastern, die ist rüberkarrt nach Havanna. Da brauchen wir nicht den anderen Kautschuk. Also war ja noch mehr. Bayern kann ich mir nicht vorstellen. Berlin war doch noch was, oder? Nö. Dublin kann ich mir nicht vorstellen. Hartz auch nicht. Nein. Nein. No. Hm. Ein Kautschuk wird hier gebraucht. Salem. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Kommen wir auf Havanna selber Kautschuk. Jo, 22, wieso? Wieso braucht Havanna Kautschuk? Für was? Kaugummis. Die machen wir doch nicht, oder? Was braucht hier 22 Kautschuk? Die Fußbälle. Die Fußbälle sind... Hier. Die dürften es sein. Ja. Ah, da kommt ja noch was dazu. Da kommen ja noch Kabel dazu. Für die Motoren, beziehungsweise für die Ventilatoren brauchen wir wieder Motoren und auch für den Motorroller brauchen wir einen bestimmten Motor, ja. Also es ist jetzt nur mal ein Teil, dass es einigermaßen läuft. Ja. Echt schade, dass der Bot sich selber nicht antwortet. Aber es reicht ja der Sound. Und der Timer stimmt nicht mehr. Ich glaube, wir lassen das Stadion jetzt laufen, bis es das nächste Mal kommt, dann passt es wieder. Stimmt, dann würden die Fußbälle rund laufen. Es muss nochmal irgendwo ein Bedarf da sein an Kautschuk. Huch. Ja, die Feuerlöscher. Die Feuerlöscher sind es noch, jo. Die Feuerlöscher und die Fußbälle. Jetzt haben wir es doch gefunden. Weil hier in der Nahrung schwierig da Kautschuk zu verarbeiten, abgesehen von den Kaugummis, aber die machen wir noch nicht. Und im Kaffee kann ich mir Kautschuk auch schwierig vorstellen, ebenso in der Schokolade. Könnte ein bisschen zäh sein. Ja, dann sind wir hier eigentlich durch. Wir könnten da hinten, ja, was machen? Noch mehr Kakao, den wir wegwerfen und dann mal brauchen. Na, wenn wir mal da hinten wald und zu. Soll es uns irgendwann mal jucken. Äh, ups. Falsch kopiert. Soll es uns irgendwann nochmal jucken. Kann man da ja weiter noch bauen. Und hier sollte man einen gescheiten Abschluss vielleicht finden. Der Netz so sehr zerflettert daherkommt. So. Jetzt haben wir es doch. nach. If you were. Deine A Daun milestone auf der Meinung. Nau bad. Da еще nichts. Dabei geht's nicht. Einer Güte, da ist ja die Halbinsel schon noch. Ich weiß noch, die hatte mal, glaube ich, im alten Spielstand vollgeklatscht mit Kakao. Jetzt so viel Platz ist, Wahnsinn. Der Ding ist doch eine Veränderung. Und wir könnten die ja noch höher drehen, die Plantagen. Wir brauchen logischerweise mehr Platz mit Henkoko und Co. Irgendwie bin ich in der neuen Welt nicht so der Freund von den großen Feldern. Ja, so klein, bisschen Dorfcharakter. Gut, ob das noch ein Dorf ist, sei mal dahingestellt mit der Größe. Mit dem Stadion hat es sich erledigt, ob es ein Dorf ist. Und dem Lufthafen. Aber wir brauchen halt den Lufthafen für die Porsche. Was wir auch mal noch bräuchten, wäre hier ein bisschen, ähm... Ach, ein Rathaus können wir bauen. Oder war da oben noch eine... Ach ja, ich habe noch eine Handelskammer gefunden. Oh, was ist das bitte? Oh, was ist das bitte? Und... Eins tiefer bitte. So. Sie haben an Einfluss gewonnen. Dann kann man nämlich die Rathäuser fertig machen. Und folglich auch das... Einwohner-technischen Deckel drauf. Ja, ja, da mal eins Platz klassen, jo. Hier hinten raus wäre noch massiv Platz für... für Felder. Aber wo man doch mehr Kautschung machen. Wie viel Kautschung zaubern wir denn jetzt da zusammen? 96 bei... 230 heißt es, 40 rest... äh, 40 Überschuss. 140 rest, 40 Überschuss. Hm... Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich den in Santa Clara bauen. Das wird hier auch noch schwierig. Da definitiv das Dörfchen hin. Beach, ja. Da oben kriegen wir es nimmer hin. Das passt da bei weitem nicht rein. Hier oben hätte ich den Hafen aber stehen lassen. Und da hätte ich auch den Ölhafen gesetzt. Weil hier unten kommt der natürlich in der Ölhafen. Guck, man hätte hier hinten die Fläche frei, man hätte das... ganze Fläche frei, abgesehen von am Rand an die Minen. Und da oben kann man das Öl setzen. Naja doch, das geht. Das geht. Schiff vom Stapel gelaufen. Warte, man könnte ja mal gucken, was wir da reinkriegen würden an... Ich mach's doch hier noch ein bisschen. Aber wenn dann in dem Bereich hier unten... Dann... Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Okay, das muss irgendwo da sitzen. Ja. Dann reißen wir euch nochmal ab. Das waren ja die zwei, die wir überdimensioniert gebaut haben. Haben wir jetzt hier drei, sechs, zehn, zwanzig macht er. Brauchen wir keine. Nur reichweit ist auch gegeben. Passt. Und nur schauen, dass wir hier... Das ist suboptimal. Kann aber auch hier rüber. Der noch mit drin. Hier können wir ja sparen. Eins rüber gehe ich schon immer. Nach oben. Da, nach oben können wir dich setzen. Klar. Gehen doch hier drei rein, nochmal fünf, oder? Ja. Und auf der anderen Seite nochmal zwei. Ja. Und passen. Könnte passen. Das hast du nur 97. Genau. Mit dir mal mal weiter. Das war hier hinten. So. Die Menschen lassen sie hoch leben. Hier müssen wir fünf Platz lassen. Fünf. Sechs. Sieben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Gut. Im Zweifel wäre der Weg hier an der Stadt gebaut. Legt der hier raus und wandert darüber. Ah ja, das kriegen wir schon hin. Da gab es hier oben noch was zu löschen von der Breite her. Den hier ändert er hinten aber auch nichts. Ne. Bleibt so wie es ist. So weiter geht es an dem Punkt. Das wird es eigentlich vermischt noch. Wie gesagt du kommst schon mal weg. So. 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 Dann kann aber auch der Weg weg. So. 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 Sieg schon kommt in den Monster. verabschieden. Wir gucken, dass man... Wahrscheinlich auch die andere kommt noch weg. Ja. So kommt für mich eins rüber Ja. Mein Name ist Devi, ich denke. Wie kommt der da? Der läuft zuverlässig, der Timer. Noch mal Info ruin. Langsam sollte man mal nachgucken. Ja. 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 auch noch euch mal raus. Dann guck mal was noch hier und auf welcher Straßenseite. So, wer ist zu? Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Da kommt man das so da hinten reinzwirbeln. Kein Ding, keine Frage. Wir haben die Straße hier weg. Du nimmst wohl den restlichen Platz weg, oder? Ja, 100 rest. Halt mal, du hast gar keine 2.16 bekommen. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. So, jetzt hast du 2.16 und wo hast du genügend. Ja, dann können wir die aber auch da hinten noch geben. Ich habe mit genügend Einfluss auch die Handelskammer. 1.18, da kommt noch mehr bei rum. Vielleicht reicht es auch schon, dass wir uns Santa Clara theoretisch sparen könnten. Ich würde es aber trotzdem bauen. 2.52 zu 1.191. Waren hier die... Noch zwei Creed East und das. Sein nur eine. Noch eine. Wenn wir jetzt in... Barakao. Bara-Ko-A Ko-A Bara-Ko-A Couch So So, Items rein und die zwei mal laufen lassen und gucken, kommt genügend an in Manchester. Oh, da müssen wir nachlegen. Zurück mit dir, Hans. So, dann haben wir die zwei unterwegs. Ach, wo kommen die 220 Kautschuk daher? Neue Welt. Von der neuen Welt in die alte Welt, Kakao-Tschuk. Von der neuen Welt ans Kakao-Tschuk. Bestimmt noch Altbestand. Von London nach Havanna. Hä? Und Havanna nach London. Oh mein Gott. Oh mein Gott, deswegen läuft's nicht. Jo. Stimmt, das war noch die alte Köhlerei-Route. Das war noch die alte Köhlerei-Geschichte. Kakao-Tschuk. Von der Köhlerei in die neue Welt rüber. Aber es muss ja neu alt. Ja, umbenannt wurde schon alles. Auch die Schiffe. Aber nicht das hier geändert. Das ist der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Das soll ja jetzt retour gehen. Weil, ähm, dabei können wir auch mal gucken. Steuerung Kuh. Was verbrauchen wir in Manchester? Und was machen wir im Zielwald? Wir brauchen nämlich langfristig von der neuen Welt in der alten Kautschuk. War mal umgekehrt. Weil wir eben die Köhlereien relativ früh stehen hatten. Haben wir es in die neue Welt rübergecutt. Jo. Gut, logischerweise umbenannt, aber nie auch umgestellt. Und dann hauen wir es so von Havanna nach New York. Ach jo, da man so den Umweg macht. Ja, klar. Wir haben es vom Zielwald nach London, von London nach Havanna, von Havanna nach New York gecutt. Alles klar. Genau, hier schon mal ein Stop rein für, ähm, für Fußbälle und Co. Auf Havanna, definitiv. Was waren hier das Lager 2K? Stop von 500. Stimmt, das war noch von der Köhlerei-Zeit. Verrückt. Es wird auch mal ein Spaß, die ganzen Routen nochmal durchzugehen. Das wird ein Spaß. Zu hinterfragen macht die Route noch Sinn. Gerade so diese zwischen den Welten Routen. Und auch gucken, stimmt der Name zu dem, was Programm ist. Weil man hier jetzt nicht gesehen. Wenn man reingeht, Neu Altruhe, wird schon stimmen. Ja, von der neuen Welt rüber. Von Havanna nach London. Nö, nö. War London Havanna. Noch Platz auf Havanna für Zigarren. Ja, müsste eigentlich. Müsste eigentlich. Also wir haben hier unten noch Platz für eine, für eine kleinere Produktion. Da hinten wären noch zwei kleinere möglich. Da ist noch Platz. Hier unten ist noch Platz. Müsste eigentlich passen vom Platz her. Und dem zweiten. Ah, halt mal, halt mal. Hier ist auch noch. Guck mal hier hinten. Da gehen auch nochmal zwei, drei rein. Motoren, Roller und so. Ventilatoren. Hier hinten wäre auch noch Platz. Im Zweifel verschwindet halt der Lufthafen. Pfff. In die Gegend hier. Dann wäre hier hinten auch nochmal Platz. Sollte eigentlich. Aber eigentlich müsste es reichen. Eigentlich müsste es reichen. Müsste eigentlich. Ah, Zucker ist jetzt, äh, Zuckerrohrschwitter leer hier. Wenn wir nur noch 1,6 Zucker haben, weil wir nur noch. Ah ja, Schokolade läuft wieder voll. Wo ist da das Problem, bitte? Oder wurde es wieder ungünstig abgeholt? Könnte auch sein. Ey, die Schokolade, die läuft schon nimmer. Die stoppt wird da. Ab und an dreht mal noch einer. Zucker beschwert sich jetzt, dass sie kein Zuckerrohr haben. Zucker hat kein Rohr. Gut, ich hau schon halb drei. So lange Zucker noch da ist, ja. Zucker ist ja hier 1,8, 1,9, 1,8 jetzt. Ach komm. Es läuft, ja, es läuft. Ich denke auch, solange das mit dem Zucker ist, ähm, solange der Zucker läuft, ist egal, ob man Rohr haben oder hier nicht vom Zucker. Äh, Zuckerrohr, nicht Rohr vom Zucker. Ups. Ähm, ja. Ach, herrlich, YouTube, gell, wenn man sowas anguckt. Und im, Anfang November ist immer, hallo November. Ah, hallo November, hallo YouTube. Na, wie war der Sommer? Kühl? Wahrscheinlich. Nicht. Vielleicht liegt auch schon Schnee im November. Wohlkommen abgeschmolzen. Arctis verrutscht. Aber weiß es nicht. Äh, wo war man mal stehen geblieben? Hier unten beim Kautschuk. Genau. Das mit dem mal noch. Also können wir ja nicht, weil Stadion, weil Influenz. Ähm, Influenz, weil... Ah ja, Knöpfchen drücken. Dann haben wir Influenz. Im November in Deutschland, in diesem Jahrtausend, bestimmt nicht mehr. Äh, hm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, mal alles verbaut, oder? Was liegt jetzt noch im Lager? Items. Ne, leer geputzt. Gut. Alles richtig gemacht. Ihr nehmt auch mit, brav, euer, äh, Subalpine. Genau, ihr nehmt mit, euer, Ursprung der Menschheit. Kakao hat leider nichts. Außer Ursprung der Menschheit. Schade. Achso, jetzt hätten wir hier gucken können, ob man auch... Naja, es ist zu spät. Müsste aber passen. Bei den anderen Dörfern passt's auch. Mit dem Stadion, bei dem Ortskern, Stadtkern, wie auch immer. Ähm, was wir noch prüfen können. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Problem darstellt. Wir wollten die netten Strand haben. Doch, da. Bei einer Rista, so muss ich als zweimal schauen, wo sie denn was wollen. Vor allem wollen sie Tortillas, Nehmaschinen, Kaffee und dann erst die Melonen. Und normalen Melonen vor Kaffee. Ne, kommt danach da unten. Oder wurde die Reihenfolge geändert. Na ja. Mal schauen. Also wäre auch Barakoa fertig. Zwei Kautschuk. Leid ihr schon da? Jo, fleißig am Rüberkachen. Einer hat schon sogar auskladen. Uff. Was wir noch machen könnten, wäre... Au-Gummis. Haben wir nämlich noch gar nichts. Brauen Ethanol-Celluloid. Ne, was braucht ihr? Zimt, Zucker. Zucker haben wir jetzt. Zimt haben wir sowieso. Kautschuk haben wir auch. Ach ja, die sind ja niedlich, putzig, wascht schon klein. Lass doch noch drei bauen. Mensch, seid ihr klein. Rahammer. Wie klein willst du sein als Fabrik? Ja. Wie Gummis wollen denn die... Äh, Kaugummi sind glaube ich nur die... Boah, wie viel lutschen die? Vier. Braucht denn das überhaupt? Hier, wir machen jetzt schon acht. Weil, äh, ja, ist so. Bloß, äh, Items rein. Mh, könnte ausreichend sein. Könnte ausreichend sein. Die zwei reichen ohne Items. Gummidur ich, ja. Das kann man auch falsch verstehen. Ah, was können wir denn da reinschmeißen? Chemiefabrik. Kaugummi. Ach ja. Fangen wir mal hier noch nach. Chemiefabrik. Fabrik. Doppelpunkt Kaugummi. Mods, was ist los? Doppelte Redundanz, ja. Salvador, okay. Müllerreich werden kein Mist. So, Ethanol wird da über Müll. Jawohl. Schön. Also ist doppelte Redundanz. Haben wir das auf Lager liegen? Nö, natürlich nicht. Nö, natürlich nicht. Ein Sack 3. Ja, wir haben hier in der Handelskammer, wo nichts anders drin liegt. Doppelte Redundanz. Ah, jo, für den scheiß Lack, da geht ja auch nichts. Ah, die sind echt misch. Die, sorry, aber diese Chemiefabriken, alles was ab Hochhäuser Tourist gebracht haben, in die Richtung. Buchtechnisch furchtbar, also itemtechnisch nur die Bücher und die sind grauenhaft. Die machen wir mal rein, ja, und, äh, nach Harvard. Auf welche Themengebiete wollen wir uns ein bisschen? Ich will dich mal kurz hören. Ah, Bord? Salvatore könnte man noch auf Lager haben, eventuell. Müsst ihr nachschauen. Was jetzt noch witzig wäre, wäre eine Integration. Dass jedes Mal, wenn ich hier auf Forschungspunkte klicke, dass automatisch das, äh, Rufzeichen Harvard kommt. Salvatore kann ja schon mal rein, ja. Ich meine auch, dass wir ein, haben wir, ein, äh, Fuhrpark, hätte ich jetzt schon fast gesagt, im Lager. Also sprich in New York. Salva, Salva, jawohl, da haben wir noch drei. Jetzt noch zwei. Auch nie eigentlich an Arbeitskräften. Lass mich raten, 300 aufwärts. Oh ja, 125 Operos geht ja noch direkt. Könnte schlimmer sein, ich war. So, wie schon hier jetzt die Ausgangslager. Ah, da kriegen wir auch noch irgendwas unter. Ja, 125 ist nix, da gibt es deutlich ekligere Fabriken. Ah, ich stelle dir mal vor, die hätten das wirklich so durchexerziert, dass man den ganzen Mischtier in der neuen Welt bauen hätte müssen. Die Limonade, die Souvenirs, weil ich ja bauen wolle. Hätten auch machen können, dass sie sagen, hier, äh, Kaseife rüber in die neue Welt und macht da Shampoo über die Shampoo-Fabrik mit, tja, und so weiter. Da hätte jeder, ja, dem Strahl aber. Einen ganz dicken Strahl. Uh, Salvador, komm mal rein. Rein in die Hütte. So, jetzt sind wir doch schon bei 300%. Weißt du, wir haben schon 16 Korgummis. Könnte, glaube ich, eine Fabrik reichen. Wenn wir bei 8, immer noch das Doppelte, egal, 2 stehen. Mit Bröckchen, genau, im Strahl mit Bröckchen. Der Reihenfolge. Ich glaube, Kaugummis sind durch. Lieber 2, falls eine explodiert, ja, so kann man so aussehen. Oh ja, apropos Explosion. Ach schön, die haben wir ja auch, oder, die haben wir wieder vorgesorgt. Hier sind wir wieder auf dem neuesten Stand der Technik. Ja, da reicht doch. So, jetzt spannende Frage. Kache mal den Kaugummi auch weg, weil das wäre von Vorteil. Neu-Kaub-Kaugummi. Warum nur ans Karp? Warum nur ans Karp? Nennt man das fliegende Gummis, wenn eine Kaugummifabrik hochgeht? Ich hätte was mit geplatzt, aber das geht in die gleiche Richtung. Es wird nicht besser, gell. Sag mal, ja, ich habe ja auch schon fast drei. Ach, herrlich. Warum kachen wir das nur ans Karp? Klar, weil nur die Hochhäuser das brauchen, aber was wäre, wenn wir ein Hochhaus mal bauen wollten in der Alten Welt? London sagt hier, ist ja schön, was ihr da drüben macht in New York, aber wir sind ja eigentlich London, eure ursprüngliche Mutter. Wir wollen das jetzt auch von euch. Genau, zumindestens mal nach London könnte man es ja kachen. Haben wir noch, äh, naja, komm. Weil für die Hochhäuser machen wir eigentlich alles in Berlin, außer die Kaugummis. Sehe ich das richtig? Ich gehe es mal durch. Kaugummis machen wir in Havanna, Kekse in Berlin, Cognac Berlin, Schreibmaschine in Berlin, Billardtisch Berlin, den Violinen-Berlin-Spielwaren. Ja, wir machen alles in Berlin bis auf die Kaugummis. Das heißt, die Rübergkache nach... Äh, wir machen alles in Berlin, außer Kaugummis, die machen wir in Havanna so rum. Das heißt, nur die Kaugummis in die Alte Welt. Und wir könnten dort theoretisch auch Hochhäuser bauen. Ja, wer hat komische Geräusche von sich da. Neu-Alt-Kaugummi, ja. Wobei, wir haben, glaube ich, auf keiner einzigen V-Route das bisher eingestellt mit einem Kaugummi, oder? Mal schauen. mal schauen. Ne. Nicht mal auf der Postenroute. Da mal aufgehört, bei den Investoren. mit der Filmroll und dann sind wir übergegangen zum gelehrten im Maßanzug. Ich vergiss den ganzen Rotz für die Kaufhäuser nicht. Aber das ist alles alte Weltproduktion. Moment. Wenn, dann bauen wir diese Standard-D-3er-Kombi. Die Zitrusfrüchte kommen an in Berlin. Kommen an in London. Ethanol kommt an. Salpeter kommt an. Glühfäden haben wir Eis und Zink haben wir. Glühbirn haben wir in London. Eisen haben wir in London. Nee, das haben wir alles in London. Da haben wir alles da. Die Zitrusfrüchte kommen von La Palma, Havanna, London, Berlin. La Palma? Mein La Palma. La Palma, da steht ja doch unser Zitrusbaum. Und macht nichts, weil voll. Schön. Auch hier. 10 Zitrus. Wird gerade hin und hergekart. Aber der Einzige, ne? Du hast ein bisschen was. Wahrscheinlich haben gerade Schiff. Also wir müssten... Können wir mal nachgucken. Berlin. Irgendwo in dem Verlauf. Äh, hier bei der Limonade brauchen wir Zitrus. Also wir brauchen auch Zitrus in London. Und die anderen Sachen sind eh alles Stuff aus der alten Welt. Also passt das. Baumwolle machen wir. Baumwollstoff machen wir. Baumwolle fehlt uns noch. Und ich merke, hat es wegschickter gewesen. Gut, jetzt haben wir einen Kautschuk gebaut und fertig. Baumwolle gibt's. Ich mein, Baumwolle haben wir hier mal gemacht gehabt. Ah, das war die Zeit, da waren die Schokofabriken da hinten und was weiß ich. Das war ja total weird. Ah ja, hier mal Baumwollfruchtbarkeit. Damals konnte man das ja noch nicht ändern. Da muss man ja mitnehmen, was geht. Da haben wir die Baumwolle hier gemacht. Aber Baumwolle braucht man nicht so viel. Das braucht man, glaube ich, nur für die, für die dappichen Kerzen da. Bisschen was fürs Kaufhaus oder so. Aber eigentlich sind es nur die Kerzen, die das wollen. In, äh, in Besatröben. Jo, 29. 29 und davon fallen auf... Kapstadt... ...7. ...Usterich. Doch, bis was in Havana? Havana 9. Wachen wir den Baumwolle? Ah, jo, London. Nö. Hm. New York. Nein. Auch Baumwolle. Berlin, stimmt. Berlin. Berlin braucht Baumwolle. 22. So, damals doch. Also muss ich nur noch Berlin gecut werden. Ich hab das aber auch schon reingestellt. Moment, ich mach mal. Das wollte ich ja einfach mal nach Baumwolle suchen. Dann stellt man fest, hoppla, es wird in Berlin gebraucht. Es wird von der neuen Welt in die alte gecutt. Und von der neuen Welt... ...in Land der Löwen. Sondern ab und an gibt's irgendwo eine Orgien. Denn... ...in Land der Löwen, in Besa. Das ist Baumwolle, Krachtung, Glas und Tabak. Deswegen haben wir ab und an auch mal Tabak gehabt in Havanna. Weil der Tabak wird, glaub ich, zurückgecut. Tabak? Ne, den Karreman nicht. Den Karreman nicht von... ...Von Kapstadt rüber nach Havanna, weil wir in Kapstadt ja diese Thronpfeifen machen. Genau, so rum war's. Wenn die ihre Feier da haben... ...weiß grad nicht, wie das fest heißt. Gibt's in den Besa Tabak, Baumwolle und Glas. Und Glas brauchen wir für die Laternen. Ähm... Baumwolle für die Kerzen und Tabak für die Thronpfeifen. Dann gibt's ab und an mal Thronpfeifen, Souvenirs. Ja, da müssen wir eh nochmal reinschauen, die Souvenirs. Das war, glaub ich, Klamm mit der Produktion. Jo. Das passt nicht mehr. Auch in die Souvenirs, nur die Touris, oder? Die Touris und die Arristas. Touris und Arrista, ja, auf Lebensqualle. Auch hier hätt' man mal gucken können. Von der alten Welt ans Carb-Souvenirs. Von der alten Welt in die neue Welt. Dann wird's verteilt. Ja, das sind Arrista und Touris. Da muss man mal Fabrik rein. Das war doch so schön, da. Da ging nichts mehr. Ja, ne. Die Konzisions noch. Man könnte einen Block neu aufsetzen. Nein, das ist eh hier. Schwierig, schwierig. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ja, man könnte auch Shampoo, aber ich glaub, das war alles so, dass es passt. Und wir haben, was haben wir denn hier stehen? Wir haben zwei Limonadenboten. Zweimal Shampoo und schon viermal Souvenirs. Wir müssen mal gucken. Hälfte Limonade, Hälfte Shampoo. Ne, kann man vergessen. Geht auch nicht. Wir müssen da mehr bauen. Bei der Gegenfrage, was haben wir denn jetzt an der... Ach, ist das. Gehen wir mal davon aus, es wird noch das Doppelte. Das haben wir erst dreifach. Ja, eine Fabrik reicht. Eine Fabrik reicht. Die läuft mit elf Sekunden, macht sechs. Ja, das reicht. Eine noch dazu. Die Frage nur, wo. Ich muss das vielleicht doch ein bisschen anderweitig hier aufziehen. Mein Platz wäre ja da oben. In dem Bereich. Kommt halt das Museumsgeraffel hier unten hin. So machen wir's, glaub ich. Stromhammer, Strom ist auch gegeben. Perfekt. Dann kommt schon mal weg. Die Geschichte. Weiß halt auch die Frage. Im Industriegebiet. Oh, das ist ja auch schwierig. Oh, das ist ja auch schwierig. Und wenn man... Was ist eigentlich das hier für eine Straße? Brauchen wir die im Fall? Was haben wir die? Die hat doch 0,10 und zweck. Hauptsache da hängt eine Hafenanbindung. Wie immer noch auch anderweitig. Moment mal. Kurz zum anderen Hafenanbindung. Jo, passt. Nichts passiert mit dem Sockel. Gut. Dann könnt ihr eins rüber. Ah, so. Wir müssen uns die ganze Geschichte ja sparen. Und deutlich mehr Platz. Dann wandert ihr weiter rüber. Und zwar so hin. Weil das haben wir ja gar nicht hübsch gebaut, merke ich gerade. Äh. Das ist nicht hübsch gebaut. Sechsmal Souvenirs und die anderen je zwei sollten reichen. Ja, denke ich auch. Noch zwei Fabriken rein. Nicht nur die Frage, kriegen wir es in einen Kreis oder in zwei. Aber das ist dann auch nicht entscheidend. Wann da der Grundgedanke ist und wie das aussieht. So, setzt man sich mal da rüber. Ah, ich will kein Gehege. Ich will den Pfad, bitte. Danke. So. Willst du da runter? So. Auf hinten haben wir ja Platz. Zur Seite kann man auch noch gehen. Das heißt... Da wird gebaut. Und da steht zwei zurück, eins zurück. Quergang. Hier oben, du da unten. So machen wir es. Und dann sieht es da was aus. Achso, es könnte es sein, dass die Straße hier war wegen... Kraftwerk steht ja da oben. Die hat gar keinen Sinn gemacht hier, die Straße. Aber sie ist null. Das können wir auch mal wegreißen. Dann kommt es da in den Bereich rein und hier unten weg. Das gefällt mir eh nicht so. Dieses Angestückele, weil es wäre hier schön bündig gewesen mit den Schienen- und Chor. Ja. Dann wird noch das Museum hübsch gemacht. Das wird ja auch einfach so reingesetzt. Was soll man denn da überhaupt drin setzen? Bronze Zeit und... Eingefroren. Uff. Haben wir hier wirklich damit mal... Da war man wohl schwer verzweifelt, dass wir hier eingefroren mit eingebaut haben. Da war ich noch ein bisschen. Stimmt, die Fabriken sind sau teuer. Ja, da war was. Ich bin mal gespannt, ob das YouTube claimt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also Twitch hat es nicht geclaimt im VOD. Ja, es lohnt sich, aber es wirkt halt etwas verzweifelt auf den ersten Blick. Ah gut, die ganze Situation ist verzweifelt mit den Produktionsketten hier. 1, 2 Produktionsunterhalt. Da sind schon Bücher.